Mein Name ist Klaus Hessel. Ich bin als Rechtsanwalt in einem Spezialgebiet, dem Zwangsversteigerungs- und Teilungsversteigerungsrecht bundesweit tätig. Als ich von Mitarbeitern der Firma ADZ Local angesprochen wurde, war ich zunächst skeptisch. Schon häufig wurde versprochen, mit Werbemaßnahmen könne man neue Mandate generieren. Ich habe mich dann doch entschlossen, einen Versuch zu wagen. Im Nachhinein kann ich nur sagen, es war eine sehr gute Entscheidung. Seit über zwei Jahren werde ich nunmehr von der Firma ADZ Local betreut. Der überwiegende Teil meiner Mandanten kommt aufgrund der von der Firma ADZ Local im Internet organisierten Werbung. Diese Werbemaßnahmen erfolgen nach ausführlicher Beratung und in Absprache mit meiner zuständigen Sachbearbeiterin. Sofern Fragen auftauchen, habe ich also immer einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin, die mich und die Besonderheiten meiner Kanzlei kennen. Auch wird in regelmäßigen Abständen unaufgefordert nachgefragt, ob Probleme oder Wünsche bestehen. Wie heißt es so schön, eine Win-Win-Situation. Dies alles zu fairen Konditionen. Wie haben wir verificar? Wie ist es auf einmal?